Hör ich mich schon feckig! Hast du richtig Assi-LP hier? Ja man! So wie es sein muss! Ich hab uns ja noch bei so ein Paar... Du darfst noch nicht trinken, wenn du nicht gestorben bist! Ach ja, tut mir leid! Du kannst du Pfefferminz und man hat einfach auftrinken? Ja. Das geht nicht, wir wollen auch ein bisschen Pfefferminz. Jetzt hast du Pause, jetzt kannst du. Ich hab uns ja auch so bei so ein Paar Promo-Dingern hier, oder Show-Dinger angemeldet. Show-Dinger! Genau, und die werden bestimmt diese Folge erwischen. Und werden uns bestimmt total als die Assis bezeichnen. Ja man, wir sind Assis! Dass man das so nicht machen kann, weißt du? Warte! Da war noch was! Oh, oh, oh! Achso! Warte, ich hol's! Da war auch noch was! Ja, viel Spaß, ne? Wobei, ich hab's doch geschafft! Oh! Also ein Kumpel von mir hat dafür um die 20 Anläufe gebraucht. Dazu sag ich nur, ich bin Gott-Lei-Gernich! Richtig! Richtig schon, ja! Tja, ich sag doch, ich bin Gott! Bäm! 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 Oh mein Gott! Ja, genau! Ja, hab ich auch fast, ne? Bäm! 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 Was bringt mir das? Bäm bringt dir das! Alter! Alter! Uh! 18! Oh! So geht das also! Wir müssen noch mal hin! Denkli trinken! Und rein geht's! Felix, du sollst vielleicht mal jetzt ein bisschen mehr aufs Spiel achten? Ne, ich muss noch die Pizza essen! Das ist schon schlimm, das ist vergaßig! Ah! Pizza! Diese schöne Pizza! Kroße Krabbe Pizza! Nee, Pizza! Nee, Pizza! Für dich und mich! Oh! Kroße Krabbe Pizza! Ist die jetzt! Pizza für dich und mich! Ich kann nicht tauchen! Wo? Da! So! Ich kann nicht tauchen, Arbel! Du musst selber springen! Bäm! Äh! Tauchen wird nicht! Oder? Nee, du musst doch hier runterkommen! Nee, du musst selber nur von der hohen Distanz nach unten springen! Ja, verstehe! Ins Wasser gleiten! Ich hab's es! Arschloch! Tja! Wer hat der kann, ne? Also ein Arschloch hab ich, siehst du, also kann ich! Oh, Alter! Wie Felix das gerade Godlike gemacht hat! Ja, das tut, oder? Oh, nein! Ah! Lalalalala! Lalalalalala! Aber du lebst schon wieder! Lass gleich noch mal rein! Ich bin schon wieder tot! Alter! Nein! Mann! Mann! Du musst trinken! Du musst trinken! Oh, ich hab's geschafft! Wie oft sind wir eigentlich tot? Also Marvin ist gerade dreimal gestorben! Ich bin nur immer gestorben! Nein, dreimal Marvin! Marvin, du bist dreimal gestorben! Ich bin mir ganz sicher! Das war der erste Marvin! Noch eben! Nein! Ach, ich muss das nehmen! Dann kann man auch noch zu machen! Pfeffermitzen und Arne! Ich nochmal! Ach so! Zweimal nochmal! Apropos, Leute! Wenn ihr mal Bier exen wollt! Ich würde euch nicht empfehlen, Felsschlösschen zu nehmen! Nämlich das ist da nicht so... ...prickel! Nein! Nein! Ich bin ja auch! Bin ich tot? Der zählt jetzt nicht, weil ich getrunken hab! Ach ja! Ach, ich muss gehabt, keiner! Scheiße! Jetzt bin ich tot! Marvin drückt sich gerade! Alter! Ich hab getrunken! Lass mir die schöne Ferne mitzumonade, Alter! Huiiii! Bäm! Gegen die Wand! Trash! Jetzt hör mal sein Auto verliert das schon mal! Ach, lass mich nochmal beißen! Bitte! Ach, Mann! Feli! Ein bisschen beißen, Alter! Alter! Was geht mit dir heute? Hallo? Was geht denn, Alter? Schon gleich ein Arschloch! Willst du? Nein! Schon wieder tot! Warte! 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 Komm mal zurück! Warte! Bin ich tot! Ihr habt auch nicht auf mich gewartet, der... Komm mal hinterher! Alter, Raymond! Was willst du hier? Fressen, oder was? Was bin ich eigentlich? Alter, ich... Ich bin ein Blaunasenvieh! Blaunasenvieh! Iiiiih! Du bist dieser König, zumindest! Nein! Ich bin schon wieder tot! Da oben! Warte mal, Marvin! Marvin? Markus? Marvin? Ich bin nicht Markus! Vergleichst du mich mit Markus, oder was? Oh! Nein! Dann ist doch gut! Dann ist doch gut! Dann ist okay! Alles klar, alles klar! Versteh schon, versteh schon! Ah, mein Herz! Jetzt! Wo? Achso, wenn man ein Herz bekommt, hat man ein Extraleben. Das heißt, wenn man einmal irgendwo getroffen wird, dann... Jihau! Aber hast du das gesehen? Wie kommt man hier hoch, Robin? Na, so wie ich das mache. Wihuu! Ah, ich verstehe! Boah! 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 Okay, das schaffen! Irgendwie erinnere ich mich die Mucke gerade voll an Mario! Die Mucke ist voll geil! Wihiii! Hast du dich gelaufen? Natürlich! Ich bin Robin, Mann! Ich bin Unfabulous! Ich hab mich alle reingedings... Ich bin Unfabulous, Mann! Bitch! Unfabulous! Hey, du bist Unbelieveable! Unbelieveable! Ey, jetzt hab ich ein zweites Herz eingesammelt, das hat eh noch ein Herz gekauft! Weißt du, dass du für... Oh, so lebe ich doch! Ey, jetzt habt ihr alle ein Herz! Genau, ein Herz! Oh, wie ändert das total an Mario! Oh, ich hab euch alle gerettet! Alter, das war knapp! Das war's! Können! Das ist der Skill bei Top-Down-Gaze, ne? Boah! Top-Down-Gaze, ja! Fein! Und BAM! Oh, ich wollte die noch kaputt machen! Oh, wir haben's geschafft, Jungs! Und die Flaschen sind noch nicht mal alle, ich hab' ihr nehmt zu kleinen Schlücke! Oh, guck mal! Oh, ich bin Erster! Ich bin Zweiter! Ich bin schon wieder Dritter! Das ist ja nichts Neues! Und Felix, du bist halt das Letzte! Guck mal unten! Mach dir nichts Trotz! Felix ist heute, ähm, immer noch nicht fertig mit seiner Pizza! Ich glaub, so lange wie er isst, wird das erst noch nichts! Guck mal, das Vieh, das holt sich einen runter mit dem Ding! Achso! Oh, ja! Ja, das ist nun voll! Das ist mir auch beim ersten Mal spielen schon aufgefallen! Das sieht ganz komisch aus, irgendwie! Ah, drücken wir weiter! Ich mach' euch kaputt! Ich mach' euch kaputt! Ich mach' euch kaputt! Teller alle! Wegstellen! Ey, ich wollte aber auch noch ne Pizza! Wegstellen! Ja, da hättest du erst essen müssen! Ey, aber Felix hat mir noch nichts mehr gegeben! Alter, der mit dem Strom schwimmt, man! Ah, ja! Alter, hast haltlosen Wöhlen, Alter! Ja, guck mal, ist die Schlampe mit den Titten! Bäm, 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 bäm! Bäm! Und ich renn vor! Ja, naja, ihr könnt' mich nicht folgen! So Felix, tja! Scheiße, ne? Achso! Ich hab' aber wohl den Slap schlechthin! Das ist jetzt weg! Das ist aber nicht der Slap! Das ist jetzt weg! Lalalalalala! Oh Mann! Lalalala! 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 Oh Mann! Du nimmst alles weg! Lalalala! Wie ich schön vorrasche, ey! Ich muss jetzt mittlerweile dreimal trinken! Wegen dir! Das Spiel kann man doch zu zweit spielen! Bitch! Es kommt hoch! Guck mal, ich bin ne Kugel! Die blinkt! Blinkt ne Kugel! So, jetzt nehmen wir das hier noch mit! Bam! Ich erkunde die Gegend! Oh, ich hab ne Münze wieder gefunden! Ich muss mittlerweile dreimal trinken! Nein, nicht mich! Oh, jetzt muss ich viermal trinken! Ich muss auch wieder! Ah, geil! Ich bin noch mit vier! Felix, jetzt trink mal! Ihr seid schön! Ja, ich weiß, dass ich schön bin! Das ist nichts mehr! Ihr seid alles wunderschön! Oh, jetzt hab ich nicht schon mal getrunken! Das reicht doch hier! Ach, danke! Ey, Robin! Du hast mich voll wieder an die Wand gespust, Alter! Töte mich mal! Ich hab schon viermal getrunken! Ach, du hast schon? Na gut, dann geht's leider! Mittlerweile schon, ja, Alter! Bam! Wir haben die Münze vergessen! Hui! Ich bin nicht mal hinterher gekommen mit trinken! Ja, es holt! Boah, Alter! Geil! Bam, bam, bam! Tot! Nein, eigentlich noch nicht! Jetzt! Ich hol mir die Münze! Ich hol mir die Münze! Ja, ihr habt nie die Münze geholt! Oh, yeah! Oh, wie du das nur gemacht hast, Marvel, Mensch! Ja, das war skill! Das war ja unfabulous, Mann! Unfabulous! Du hast so viel Swag, Mann! Dass du schon wieder teils warst! Das war Swag, Alter! Oh, ne! Hört auf mit eurem scheiß Swag, ey! Swag! Dauerswag! Es gab ja auch irgendwie so eine Falschbedeutung, irgendwas, irgendwelche... Schwulen? Irgendwas mit Schwulen war es, ja! Irgendwie so eine Schwulenorgie... Secret, we are gay! Ach, genau! Aber das ist falsch, das stimmt nicht! Nämlich Swag... Ich hab ein Mann, ach! Forscht, ja! Kommt aus dem Englischen und steht so frollhaft, ähm... Angebend, so! Ja! Genau! Deswegen dreht man den Swag auf! Genau! Nicht den Homo! Marvin dreht immer den Swag auf, oder? Auf jeden Fall! Weeeey! Peace, bitches! Oh! Wollen wir mal wieder mal eine Runde ohne Swag? Oh, ich bin ja gar nicht gestorben! Nur überhoffend ist sie gestorben! Ich hab gerade die Pepperminz-Limo ohne zu sterben getrunken! Marvin kann einfach nicht genug kriegen! Wie wärs mit, wir trinken wieder auf Swag jetzt eine Runde! Nein, das wär schlecht! Hey Marvin! Du musst ja noch 19 Swags, genau! Du musst ja noch 19 Swags! Ja, 19 Swags! Los Marvin! Das reicht doch! Der Papi! Die Pepperminz-Limonade! Die Pepperminz-Limonade, die reicht ja noch! Ah, Mann! So! Aber das ist das erste EP, was wir auf der Xbox 360 machen, ne? Ja! Das sind Premiere, Alter! Voll die Premiere, Mann! Ja, Mann! Das ist das bei Robin, Alter! Ja! Das asozialste LP, was es gibt! Und dann auch die Premiere auf der Xbox, ey! Ja, Mann, ey! Das ist nicht die Premiere, das ist geil! Oh, das ist jetzt geil! Das ist ein Shoot-em-Up, Alter! Gut gemacht! Du hast genug Elektrons gerettet, um den Pfarr zu reparieren und endlich eine neue Welt erreichen! JAHU! Ach, nee, das kommt jetzt noch nicht, das kommt erst später! Wow, wow, wow! So, jetzt erst schön die Dinger einsammeln, ne? Ja, ja! Wie ich das gerade so schön mache, damit die Erster werden! Dankeschön! 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 Dankeschön, meine lieben Fans! Oh, oh, oh! Du hast was stehen lassen? Ich hab ihn bekommen! Warte mal! Der Große! Der macht die nur komisch! Und die machen mir so'n komisches Lied! War ne Frage, welche Fans? Ach ja, unsere 66 Abonnenten! Ich hab gesehen, dass wir 66! Ich danke allen unseren Abonnenten! Ihr seid echt geil! Ihr seid die geilsten Bitches unter der Erde! Ja, Mann, die geilsten Bitches, Alter! Ich würde ihn echt durchnehmen, ey! Alle zusammen! BÄM! So! Oh, da hat er einen reingekommen! Fuck! Du bist scheiße! BÄM! Gott, ich glaube, das habe ich jetzt verloren! Und den Controller! Zum Himmel! Ja, Mann! Nein, nicht! Nein, guck mal! Um einen besser! Um einen besser! Boah, hab ich geschlagen, ey! Boah, wie geil ihr seid einfach nur! Wie geil! Ja, Marvel hat die Fresse! Du bist ein Arsch! Du weißt schon, der Gewinner ex die Flasche, ne? Nein, erst werden wir 200 erreichen! Gut, wenn wir einmal alles haben... Ne, das schaffen wir nicht! Das schaffen wir nicht! Doch! Ich hasse euch alle! Nein! Fickt euch! Ich werde nicht die Pfefferminzlemo ex nach dir nicht mehr folgen! Aber einen großen Schluck nimmst du! Pfefferminzlemo! Hör mal, eine neue Figur ist im Schnarchen! Ich habe einen Schluck genutzt! Einen großen Schluck! Von der Pfefferminzlemo! Nur wenn wir mal wieder bekommen! Das hat doch niemand geschafft! Ey, Marvel, wir haben es geschafft! Scheiße! Scheiße! Die Pfefferminzlemo, Alter! Die ist echt lebisch, oder? Oh mein Gott, Marvel! Nur wenn wir... Oh nein! Ey, ja, jetzt müssen wir mal die kleinen Dinger hier nehmen! Die sind voll cool! Die sind voll komisch! Guck mal! Ihr fliegt drauf und ich werde gehoben! Wie kannst du schießen? Mit A kann man schießen und mit X kann man einsetzen! Boah, geil! Das ist voll die Shoot-em-Up-Szene, Alter! Um das alles auszulockern! Das bist du bei Mario nicht! Ne, Mario brauchst du sowas nicht! Drücke A, um zu schießen! Danke für diese Info! Wow! Das ist ja wie Geometry Wars! Nur simpler! Und nicht so bunt und nicht so epileptisch! Das ist A-Tight und Gradius, Mann! Gradius! Wir hatten früher auf unseren geilen Schul-PCs doch in der alten Bibliothek im Haus 2 so geile Arcade-Spie... Das waren die Ultra-Uralten DOS-Spiele! Die waren richtig gut! Die DOS-Spiele waren geil! Auf den super modernen Windows 98 und so! Ja, Mann! Ey, Felix, du hast doch bestimmt viel gespielt, oder? Alter, ich will ja nichts sagen, aber wir haben zuhause noch eine Systemreparatur für Windows 98! Also, falls jemand es braucht, sagt Bescheid! Ich kann ja Windows 98 immer rebooten! Ach, geil! Ich bin ja, wer will das nicht! Also, mein Bruder hat noch eine Windows 3.0-Spiele! Guck mal, wie geil das bei mir aussieht, wenn ich einatme! Ja, wir atmen alle einatmen! Aber guck mal, wie geil das bei Globox! Ist dir immer aufgefallen, dass Luca gar nicht auf eine 4 reitet, sondern eine Fliege auf dir? Ja, Mann! Ja, das ist voll krass! War der Globox so! Ja, Mann! Ich find Globox eh immer das geilste! Wer ist Globox? Ist der Frosh? Ja, ja, das hab ich jetzt erkannt! Das ist der Kumpel von Rayman! Ja, Mann! Das ist der Kunde, der immer relaxter ist als Rayman! Deswegen passt Globox perfekt zu mir! Ah! So relaxed wie ich bin, das geht gar nicht! Stimmt! Mit der Pfefferminz-Nimmode geht das schon? Nichts ist unmöglich mit Pfefferminz, Mann! Ja, Pfefferminz! Aber jetzt war ich mir mal wieder bewiesen, neues LP! Ich hab ihn mal wieder betrunken gemacht! Ja, Mann! Wie immer! Wenn ich es dir komme, dann machen wir immer schönes LP! Und was schön trinken! Genau! Das ist so richtig assi LP! Ja, richtig assi, Alter! Ihr seid scheiße, krieg ich mal einen Punkt da! Das Schöne ist auch, wenn man das jetzt mit diesem Zelda LP vergleicht, was ich mache, das ist total seriös und man erinnert so! Das ist richtig ernst gehalten mit Inhalt! Ja, ist ja auch klar, wenn du uns hier die ganze Zeit Pfefferminz-Limonade anbietest! Die haben wir erst gekauft, wir haben 50 Euro eingekauft! Ja! Ich hatte 50 Euro mit Basel, haben wir ausgegeben 50 Euro! Und zwar für Milch! Also für Milch und Pfefferminz-Limonade! Als nächstes haben wir die Blut-Uhr-Anschlömmung! Ja, die Blut-Uhr-Anschlömmung! Ja, die Blut-Uhr-Anschlömmung! Oh, die Blut-Uhr-Anschlömmung! Ah! Gut! Oh, Alter, wie sie sie alle wegbäschen! Irgendwie kriegen wir gar nicht so viel vom Spielen mit! Nein, wir ballen einfach nur bloß drum und labern schon! Was meinst du eigentlich, wie lange wir immer damit spielen? Das erinnert eher an einen Commentary in einem Let's Play, oder? Ja, irgendwie schon! Meine, 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 meine! Aber ich meine, sowas gehört nochmal dazu! Ähm... Naja, ähm... Einen Kumpel haben wir so... Äh... ...zwei Stunden gespielt... ...und haben dann so etwa drei Welten geschafft! Also... Naja, ich denk mal nicht, dass wir in einer Session durchkommen, aber... Ich meine, wir haben ja zwei Tage, ne? Ja, wir haben ja zwei Tage Zeit, genau! Ach, ist MetroidPay beim auch noch fertigstellen? Boah, der Endvogel! Naja, der Boss, Alter! Der Endvoss-Vogel! Ey, das ist ja wie bei... Chicken Wings! Ihr müsst bitte saufen! Nein, ja, erstmal den Endvoss killen, dann kann ich... Ich hab schon! Das ist wie ein Bloodwing, Mann! Bloodwing? Was ist ein Bloodwing? Du kennst nicht Bloodwing? Ich kenn' nicht Bloodwing! Kennst du nicht Borderlands? Alter! Ach so, den Adler! Ja, natürlich! Ja, der gilt später! Dacht du, du kennst den Bloodwing nicht? Nein, ich dachte, du meinst, ich spiele das Bloodwing! Nein, das ist der Kugel! Aaaaah! Nein! Boah! Oh, jetzt haben wir uns nicht... Nein! Boah, gucken wir uns mal so viel zurück! Ihr seid schon wieder tot! Maren, zwei, ne? Ja, ja, zwei! Uno! Ich hab das Level echt geschafft, ne? Komm noch einzusaufen! Dos! Ach, Mensch, Felix! Du täuscht mich! Ja, Felix, du... Ich will vermissen! Ich meine, Felix, wir müssen ein bisschen was aufholen, ne? Come on! Freitag... Samstag, Samstag machen! Was aufholen? Ja! Ja, Peace! Mach ich eigentlich ein Peace, oder mach ich diese... Ich bin schon wieder... Ich mach so ne komische Fresse, und... Alter, du hast drei mehr als ich! Raymond macht so ne komische Fresse, und Globox macht so ne komische Fresse, bis zum Mittlergruß! Achso... Oh, da bin ich kurz auf den Guide gekommen, das wollte ich... Warum hast du... Du hattest drei mehr als ich, das kann nicht wahr sein! Ha! Tja... Tja... Siehste mal, Robin... Wir hätten noch drei mehr gebraucht... Ich gewinne halt immer! Ich gewinne halt immer bei dem Spiel! Naja... Ich bin halt der Jump'n'Run King, ne? Der ist ja aus Super Mario Gold, ne? Ich bin jetzt da, ey! Komm her, man! Ich bitch-schlepp dich, Alter! Wir haben die erste Welt geschafft, kann das sein? Noch nicht! Doch! Doch! Doch, haben wir! Du bist ein... Wie Marvin, ey! Zu viel Limo, oder? Düne! Ja, zu viel Limo! Wenn wir die nächste Welt machen, sagen wir erstmal auf Wiedersehen! Ja, genau! Für jetzt... Für 10 Minuten, wenn überhaupt! Bei uns, wenn überhaupt, ja, ja! Bis zum nächsten Mal! Kaa, Junge! Kaa! Gleich, gleich, gleich! Sag du unseren Slogan, bitte! Klick mich geil, du Limmel!